hier heute was geht endlich geht es weiter mit Far Cry genau ich bin gerade bisschen planlos muss ich sagen ich rede jetzt einfach mal zu der Markierung hier hinter wenn mich denn der Felsen lassen würde gütiger Felsen lass mich bitte hoch so ein Felsen kann es natürlich nicht aufhalten lauf 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 oh Gott was geht da unten ab ich sehe da eins zwei drei ok machen wir zuerst den weg dann machen wir den weg und dann den die ist aber dämlich bewegen sich keinen Millimeter die Viecher hier nochmal meinen Säbelzahntiger den ich letzte Folge gefangen habe mit meinem Meisterball ähm ja was bringt mir es euch jetzt frei zu lassen ich höre mir das mal an was habt ihr zu sagen niemand der guckt mich bloß dem nicht an was kommt denn was dem Typen raus das ist ja abbrachig das ist fein gemacht ne Reiten wollte ich nicht heute bestreicheln kann ich dich trotzdem frei lassen oder soll ich dich auch fressen von hinten das ist schon ein mächtiges Ding das ist schon echt ein mächtiger Tiger na komm du bist frei du bist frei und dir schenke ich natürlich auf die Falle bitteschön was ist ja jetzt was ist los mit dir bleib mal ruhig alter alter da ok haben wir denn jetzt irgendwas noch zu tun hier was haben wir denn wir könnten hier mal eine Quest machen dafür reise ich aber allerdings kann ich zu dem das ist ein Außenposten ich reise mal hier hin und was das für eine derbe Action abgeht ähm natürlich würde ich auf meinem Säbelzellentiger reiten das macht natürlich jetzt jetzt habe ich ihn gestreichelt anstatt zu halten ach man so jetzt und so einen riesen Jump machen dann springen wir ja runter wow wow so ein geiles Tier das hat sich echt gelohnt der Aufwand ich würde das so mit mir dich anlegen willst ich habe einen Säbelzellentiger du bist bloß ein bekloppter Panther oder sowas so ach ich komme aber auch nicht an den ran das ist schnell wie der Wind das ist schnell wie der Wind vielleicht dürfte das er jetzt irgendwann mal hier rumliegt wow jawoll ich weiß nicht ob die auch Fallschaden nehmen aber das ist natürlich geil wenn es nicht so ist ach fuck ich habe bloß noch ich habe tatsächlich bloß noch Sperre übrig ja was solls komm weiter hier ich könnte den ganzen Tag endlich auf dem Vieh hier rumreiten das macht so'n Spaß die sind die sind noch eine Nebenquest oder was oder bist du denn das ist alles Futter für meinen Kieger kann ich denn angreifen auuuu fast tot da müssen wir uns doch bloß oben annehmen die Sache dann bleib uns F dann bleib uns F den Kieger weh du uns zurück ich weiß den Arsch das Vieh ist einfach unnormal Aua der hat tatsächlich meinen Tiger hier mit eingeblendet der hat tatsächlich meinen Tiger hier ich muss selber aufpassen dass ich hier nicht vernecke komm schnapp dir den der stirbt schon wieder der stirbt schon wieder krack komm hier was geht denn hier noch ab du stirbst ja immer noch was ist denn los mit dir du stirbst ja immer noch Aua ich hab glaub ich kein Fleischmüll ich hab kein Fleischmüll nein ich muss hier jetzt so reden ok ich glaub ich muss mal nicht hinwenden das geht nicht weg hier wo ist der letzte komm her lass mal deinen scheißhut schon erzählen du kannst du kannst so rumgrönen wie du willst jetzt hab ich zwar ein Fleisch hier müsste noch ein Fleisch rumliegen genau hier ach da krieg ich weiter und erst mal ich muss erstmal meinen Tiger wiederbeleben Tiger 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 hilf mir komm zurück ist der denn jetzt wieder am Start hier übelst am Start übelst am Start komm hol dir was zu essen Tiger weg selber weg die Bestie hat auch noch einen Kill gemacht so so will man das doch sehen wie man mit so einem Tiger hier rumschreift komm mal her ne brauchst du was zu essen ja eigentlich bist du doch bist doch eigentlich gut geheilt aber anscheinend will er wirklich was haben komm hier das ist alles gut das ist alles gut na komm wir müssen weiter ey tippidi wo ist noch was ist denn das das mach ich jetzt nicht mach jetzt erstmal die Hauptperson hier um Tötung zu tun die ja hab ich doch aber alle getötet danke und Teil zurück jo also anscheinend muss ich wirklich denen hier hinterher rennen um diese Totems da zu besorgen die haben sich nämlich irgendwie auf den Staub gemacht die Drecksäcke aber mein Finger riecht gut ich brauch Fleisch im Westen Menschenfleisch wo ist Mensch hinter uns hinter uns hinter uns ja hast du nichts mehr zu sagen hier so du musst jetzt weiter er hat sich so hoch hoch gezogen na komm sag mal ja dringend heilen ja kann ziemlich tropfen würde ich sagen Steinschritte tut ziemlich weh ey es geht noch weiter drei Headshots immer noch nicht auch ich muss weg ich muss weg ich bin gleich tot fuck zieht sich am Finger um sie zu halten jetzt mal ein Stinkspister da was kommt denn da auf mich zu was bist du denn ich hab Angst die sind zu die sind zu heftig die Typen aber egal wir schaffen das irgendwie ne die Tiber ich brauch nen Namen für dich ich brauch echt coolen Namen für dich können wir in die Höhle auch zusammen jetzt kommt das meine Sequenz jetzt kommt das meine Sequenz ah fuck APA Da Winja Nu Taiyuanca Ich glaube Magisch bei dem Mama foi wo wir tun das wir haben wir haben Die 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 Genau unter die Nüsse. Verdammt. Die hat ja Mara auf den Zehen. Was ist denn mit der nicht in Ordnung? Das hier ist brutal, Alter. Ich brauche erstmal Pfeile. Ich habe bloß nur sechs. Jetzt muss ich diese dummen Pferde doch verfolgen. Was ist denn hier eigentlich? Hier ist eine blaue Hand. Das ist eine blaue Hand auf dem Hata. Wahrscheinlich ist das irgendwo in der Höhle, schätze ich mal. Aua! Mann, ich bin aber auch dumm. Jetzt muss ich wieder drum rumlaufen. Das nervt. Aber... Jetzt gehst du jetzt mal nicht weg. Komm mal her jetzt hier. Bei Fuß. Läuft der Reiten. Woher bezahle ich dich denn, Mann? So. War das jetzt? Das war noch weiter oben, oder? So, war das noch weiter oben? Wo die Merkreide Pfeile zwischen den Nüsse geschossen hat. Das war schon. Hier war das. Okay. So. Mega Blick. Wer geht hier lang? Wer geht da lang? Brauchen wir die schneller machen. Für uns ist das ja wirklich... Nicht schwer hier. So, das Fährtenleben, das haben wir voll drauf. Ich muss einfach kurz gucken. Checkpoint. Was ist hier denn passiert? Oder haben wir... Nicht, der Bär ist... Blutverschmiert. Hier weitergelaufen. Jetzt mal er hat noch ein kleines Zähn. Jetzt sind wir die Zähne ab. Und zwar sind wir uns zu tiefen. Ich kann den Bienenschwamm nehmen. Warum nicht? Ich kann den Bienenschwamm einstecken. Jetzt geht's weiter. Wieder kurz gerastet. Mal hingegangen. Jetzt geht's weiter. Ah, da läuft er. Da läuft er. Ich hab ihn. Mensch, er Braut. Komm zu mir. Relädiert. So, und jetzt? Komm, Digga, du musst. Du musst. Du hast keine Wahl. Ich weiß, Katzen passen das Wasser. Oh, was ist denn das? Ein Äffchen? War das doch nicht der Bär, den wir gerade gesehen haben? Ich dachte eigentlich, sah so aus wie so ein Meisterbär. Jetzt will er wieder nicht hier lang. So kleine Pussy. Der geht mal da außen rum. Ist aber auch schwer zu verfolgen. So, die Bären können ja ziemlich schnell werden, hab ich gelesen. Wenn er so schnell rennt. Ich hab auch das Gefühl, dem werden die Fußstopfen dann immer kleiner. Da hinten ist er. Hinterher, Tiger! Mach mich nicht so unglücklich. Muss er weiter. Oh, jetzt hab ich keinen Pfeil mehr. Was? Als ob du schwimmen kannst. Du bist so fett. Du kannst nicht schwimmen. Lärm bist du auch. Schau dich denn auf. Keine Arsch! Alle meine Pfeile wieder haben. Danke. So, jetzt hab ich den. Wo findet die Jäger? Okay. Jetzt werde ich denn von meinem Erfolg berichten. Und dann weiß ich, dass Bärenfell vor den Lachsflacken ist. Die sind wahrscheinlich in dieser Höhle hier unten. So ein arrogantes Teigstück. Ehrlich. Die würde ich auch liebst wieder rausflacken aus dem Boden. So ein arrogantes Teigstück. So, auf der Jagd haben wir abgeschlossen. Auf der Mauer, auf der Laue liegt ein kleiner Säbelzahntiger. Ähm. Wenn ihr helfen, suchen und retten. Ehrlich gesagt würde ich hier bloß noch durch die Hauptregass hier nur noch durch. Wenn ich hier nämlich alles aufnehmen würde, was man hier machen kann, dann würde das freiwillig. Ja, oder? Ich muss jetzt wieder irgendwie hier um diesen gämlichen Misero, oder? Mein Tiger sträubt sich eigentlich gegen das Wasser. Was ist das mit Äffchen, oder? Wie ist das mit Äffchen, oder? Wie ist das mit Äffchen zähn? Wie ist das mit Äffchen? Wie ist das mit Äffchen, der dann auch auf eine Schöne ansitzt? Was ist das mit Äffchen? Wirklich? Wirklich? Verpisst euch lieber. Hab ich mal meine Zähne gesehen. Hab ich mal die Größe meinem Schwanz gesehen. Aber wer hat der kann, ne? Was ist denn da hinten? Der Parenz, irgendwas? Ah jo! Ich steppe jetzt einfach mal hier und dann das Wolfsrudel. Er ist auch ziemlich fix unterwegs, der Tiger, ne? Das finde ich ziemlich cool. Da hinten ist diese Lebenquest, wo ich den Minya helfen kann. So gar keine Licht aufzuhalten. Oh. Was willst du denn? Na komm, erzähl doch jetzt mal, ich bin doch da. Bist du dämlich oder was? Tschüss. Das ist das Fleisch für mein Team. Da kann ich sterben. Was ist das? Ziegen. Jetzt rennst du wieder wie ein völlig irre durch die Kante. Oh, das fehlt jetzt ein Ding für den Gegner hier. Den Punkt. Wir machen einfach mal die Nacht durch jetzt. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu schlafen. Hier ist noch ein bisschen Süd-Ahorn. Da entfangen wir uns immer weiter. Ziel, was ist das denn? Das ist doch kein Problem. Das ist ja ein Gemurzer. Was ist das denn? Ja, ich habe gar nicht gefunden, über das Wasser zu kommen. Oh, das stelle ich mir so ein. Da ist gar nichts los, obwohl das ja höchst beleuchtet ist. Schildwassertwarei. Hier hätte ich nicht schlafen können. Habe ich mich vertragen? Was ist das? Ein Jägerversteck. Um einen seltenen Rohstoff in der Nähe zu finden. Ich setz mal ab und lass mal festen. Was soll das denn sein eigentlich? Versuche. Ja. Und weiter. Wie kann ich das jetzt untersuchen? Mir egal, mir egal. Ich hab einen Sieger. Was braucht ein Mann mehr um glücklich zu sein als ein Tiger? Adlerholz. Ich geh mal Rinn ins Gepäck. Was ist das schon wieder so dämlich am Rast oder was? Ich geh einfach hier außen an. Da hab ich nicht. Fuck. Der Tiger ist ganz schön. Ich bin schön. Was ist das? Wildschweinrotte. So. Jetzt sind wir gleich da. Hundert Fuß noch. Verlorene Toten. Ich bin weg. Ich bin weg. Hier ist der Hüte. Ich bin weg. Ich bin weg. Abonnieren. Ich bin weg. 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 Und jetzt geht es mir weg. Achso, ich kann ihn also auch töten. Nein, ich bin ein Tier, der schon wieder am fangen hat. Mann, du bist Ultra! Ich kann mal selber heilen. Nee, nee, ich muss mal so kürzlich bezahlen. Oh, was zu essen? Oh, war noch was? Oh, was zu essen? Oh, was zu essen? Ich weiß nicht, ob du den siehst da oben, aber du kannst mal gucken, ob du da oben bist. Tote Nase? Also die haben das ganze Tote mehr auf drei Personen geteilt. Komm her! Ich brauche dich an meiner Seite. Ganz oben, oder was? Aua! Wo? Shit! Fuck! Naja, da brauche ich dich auch nicht dafür. Das schaffe ich schon selber. Du könntest mal da oben noch... Ne, wir machen es anders. Wir machen es sich um eine Heule. Guck mal, die ganzen Tierarmee hier, die finde ich gar nicht so krank. Ich werde das mal mit denen nach hinten... Warum zur Hölle? Okay. So, weiter geht's zum Text. Ja, wo ist sie? 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 Wann geht's. Ja, immer besser jetzt. Ist das nicht? Ich spiele daran ziemlich hart. oh shh so dich hammer oh shh dich hammer oh shh oh shh dich hammer oh shh oh shh scheiß scheiß maske von deinem schädel danke ja hast du ja ein Stück gleich verdient hast du gut gemacht mein treuer Gefährte und es geht sogar noch die Sonne auf so den hier looten so jetzt haben wir alles die Quest geschafft und außer der Quest haben wir auch noch die Folge geschafft ich danke euch wiederum fürs einschalten und ich hoffe doch dass ihr bei mir bleibt und vielleicht sogar mal auf abonnieren drückt und wenn ihr mal ein bisschen Kritik gebt was ist hier los oder mir vielleicht mal ein bisschen Kritik gebt was ich vielleicht verbessern kann oder was ich anders machen kann oder was ich gut gemacht habe wissen wie es euch halt so gefällt ich würde mal gerne ein kleines Feedback haben wollen und in dem Sinne boah sieht das geil aus komm wir machen mal ein Abschlussfoto jetzt will ich kurz auf die rein komm lass mich mal drauf von hinten so Säbelstandsieger das ist das letzte Wort und in dem Sinne wir sehen uns nächstes mal macht's gut bis dahin den